Simon Schlaurig Simon ist auch Mitglied hier bei der Kindergesellschaft. 2010 hat er sich zum Thema Netzneutralität diskutiert. Spaß. Ja, vielen Dank. Ich freue mich heute ein bisschen etwas über die Netzneutralität zuzählen, vor allem bei der Klaus-Raus-Rabüterung im Zweit-Inzidiv, worüber man sprechen könnte diesmal. Ganz kurz, Netzneutralität. Wir sind auf dem Ziel geraten, zu meiner großen Freude. Ich werde zuerst einmal klären, worum es geht. Der Vortrag ist als für Fortgeschrittene bezeichnet. Ich werde da nicht an, zu den Details gehen. Wozu brauchen wir Netzneutralität? Dann die Frage politisch, was wollte der Bundesrat ursprünglich? Wie hat die digitale Gesellschaft reagiert darauf? Und dann, was ist daraus im Parlament geworden? Der nächste oder der zweite Teil, der sehr groß sein wird, da geht es um die Zugangsregulierung, also Interkonnexion oder wie man sagt, Zugang zur letzten Meile. Da war die Frage, ob man das auf die Lastwasser erweitern würde, dass man gezwungen wäre, die Lastwasser, die sie legt, zu teilen. Und dann könnte ein Mobilfunkanbieter werden, das wird so ein Abgesang, weil da sich wenig bewegt, wie es ausschaut. Gut, Netzneutralität, die meisten werden, wie wir schon gehört haben, das bedeutet, dass die Internetverwider den Datenverkehr auch technisch, also auch kommerziell gleich behandelt werden. Oder anders gesagt, das Netz bleibt offen. Es gibt keine, es gibt immer bei der Überschlagung, Daten werden nicht irgendeine Veransatzung, sie werden nicht markiert, sie werden auch nicht priorisiert, umgekehrt, das Prinzip beschleunigt. Das ist mal der technische Teil, da gibt es aber auch noch einen kommerziellen Teil, dass man zum Beispiel bei der Übertragung von einem Anbieter, von einem Dienst, die Daten mitlaufen, den Zähler mitlaufen lässt und bei anderen Diensten den Zähler anhält, mit dem Ergebnis, dass die Leute in der Regel den Dienst wählen werden oder der Zähler eben nicht läuft, weil sie sonst, zumindest nicht eine Veransatzung haben, das halt weniger zahmert. Darum geht es bei der Netzneutralität. Also wir haben zwei Aspekte, wir haben einen kommerziellen Teil und wir haben einen technischen Teil. Ein Beispiel der Schweiz, das vielleicht bekannt ist, im Fall einer kommerziellen Diskriminierung ist bei Sunrise, das ist bis heute der Fall bei diesem Abo Freedom Young, hier hinaus aus der Webseite von, glaube ich, vorgestern, ist es einfach so, dass man, wenn man ein Obilfunk-Abo hat, von denen dann werden Daten für WhatsApp in der Schweiz und im Ausland werden unlimitiert übertragen, das heißt, man hat eine Fertigung für diese Daten, für Anwendungsdienst, zum Beispiel für Streamer, hat man das dann nicht. Es gibt einen gewissen Anleiten, um dann WhatsApp zu nutzen und nicht Streamer. Snapchat ist dasselbe, einfach so lange man in der Schweiz ist, aber man hat dann gefunden, ja, Snapchat ist etwas, das ein bisschen mehr Daten braucht, die Robings muss das zu liken, sonst wäre das jetzt zu teuer. Motivation kann zweierlei sein für so etwas. Entweder man macht einen Deal mit dem entsprechenden Anbieter, der zahlt sogar noch ein bisschen etwas für Zero-Rating, wie man dem hier sagt, also wenn die Übertragung kostenlos ist, Zero-Rated ist, oder man hat einfach die Idee, dass man gewisse Dinge ein bisschen attraktiver machen will, die es eher attraktiver machen will, das kann man von sich aus machen als Mobilfunkanbieter oder als Telekom-Unternehmen. Ich habe ein bisschen klein, auch bei Sunrise, das nicht ein Deal, wo man wirklich mit WhatsApp zusammengearbeitet hat, sondern dann seinen Kunden gesagt, ja, wenn ihr WhatsApp nutzt, man muss diese Produkte sehr viele Leute nutzen, diese Produkte sehr wenig Daten hat, oder sehr wenig Datenübertragung mit sich bringt. Da gibt es das gratis, der Kunde merkt dann schon nicht, dass es sich gar nicht so viel bringt, aber er hatte das so geglaubt, dass es gratis ist. Deshalb hat man es wirklich gemacht, also ich bin jetzt böser, mit Marketing-Ideen vom Sunrise aufzunehmen. Aber ihr seht, so entstehen diese Dinge, Ergebnis, WhatsApp, das heute schon an die Platz hier schießt, hat noch einen weiteren Vorteil, gegenüber den Dokumenten, die 3-Man oder Signal, oder was es alles gibt. Das findet statt in der Schweiz, also Netzneutralitätsverletzungen finden heute in der Schweiz statt. Es gibt Gründe, warum man eine Regulierung will, warum man solche Dinge verhindern will. Das sind eigentlich im Wesentlichen drei Gründe. Zuerst geht es um, ich sage es mal, Grundrechte, da geht es um die Informationsfreiheit der Entruten und auch die Wirtschaftsfreiheit der Anbieter und Inhalte. Also, wenn ich Threema bin, habe ich einen Anspruch daran, oder habe ich ein Interesse daran, dass ich eben einfach aufs Netz komme mit meinem Angebot, wenn ich eine Zeitung bin, Watson bin, dann habe ich ein Interesse daran, dass ich aufs Netz komme mit meinem Angebot in gleicher Art und Weise wie zum Beispiel ein beschehendes Unternehmen, ein altes Unternehmen, wie Geringe, das seine Angebote aufs Netz bringen kann. Weil man braucht ja diese Gleichberechtigung, einfach damit der Wettbewerb funktioniert. Das ist, vor allem auch aus Perspektive der betreffenden Unternehmen, sehr interessant. Wir haben das klassische Wettbewerbsrecht. Man kann sagen, diese Möglichkeit, Zugang zu gewähren, zu seinen Kunden, ist eine Art Monopol. Also, wenn ich ein Unternehmen wie Sunrise, dann sitze ich da auf der Leitung. Ich bin der, der entscheidet, was für Daten über diese Leitung fließen. Und deshalb kann man aus meiner Sicht von einem Monopol sprechen. Das würde ja dazu führen, dass das klassische Wettbewerbsrecht handeltbar ist. Man könnte möglicherweise zur Wettbewerbskommissierung gehen und sagen, es ist ein Missbrauch einer Wettbewerbskommissierung, wenn der Wettbewerb geht und Geld verlangt. Das Problem ist, dass die klassische Wettbewerbsrecht ist sehr, sehr träge. Da haben Sie fünf Jahre, zehn Jahre Verfahren mit, bis zum Bundesgericht wieder runter und nochmals rauf. Das dauert viel zu lange. Wenn Sie in Start-up sind, dann bringt Ihnen das nichts. Deshalb gibt es eigentlich schon die Idee, dass man das auch im Fernsehergesetz als Grundsatz einbringt, sodass die Behörden von sich aus eigentlich dafür sorgen können, dass Netzneutralität stattfindet. Dahinter ist eigentlich weniger als im normalen Wettbewerbsrecht. Das ist voll stark die Idee, dass Innovation dann schwierig stattfindet im Netz, wenn eben sehr, sehr viele Lehr- und Mitarbeiter parallel ihre Dienste anbieten können, sehr viel Wettbewerb da ist. Und nicht nur dann, wenn ein Einzelner dann ein Monopolwissen braucht, sondern dass wir eben eine große Zahl brauchen. Und diese große Zahl ist das Ziel dieser Regulierung der Netzneutralität. Also, ein mäßiges Thema aus der Schweizer Perspektive vielleicht noch. Wir haben sehr viele kleine, innovative Unternehmen in der Schweiz. Ich habe es vorhin immer schon erwähnt. Gerade für die ist es wichtig, dass wir gleich lange Spieße haben. Und wenn wir in der Schweiz eine Netzneutralität nicht haben, aber wir sie vielleicht in der EU haben, ist das ein Wettbewerbsnachteil für Schweizer Unternehmen, weil sie sich im Heimarkt nicht entwickeln können. Das brauchen Sie aber, um später international erfolgreich zu sein. Was wollte der Buch sagen? Wir hatten vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren im Höchstnorten einen Entwurf gehabt für eine Revision des Färbeldegesetzes. Der hat diese Norm hier vorgeschlagen. Wir handeln Sie, also da mit den Färbeldiensten, Informationen bei der Übertragung technischer Wirtschaft und Unterschriftung. So müssen Sie öffentlich darüber informieren. Das war der Ansatz, den man vor gefühlt zehn Jahren in der Europäischen Union eingeführt hat, als erster Schritt. Nur diese Transparenz, und es ist gründlich schiefgelaufen. Es gab Unternehmen, die haben dann quasi sich koordiniert. An dem Moment, an dem Tag, wo die Informationspflicht in Kraft getreten ist, gab es Fälle, wo dann Unternehmen in einem Land gleichzeitig angefangen haben, die Grenzneutralität zu brechen. Man hat dann darüber gesprochen, aber in der Regel wird es den Endpunkt nicht erreichen. Das hat eben nicht funktioniert. Man glaubt in einem der Schweiz, in diesem engen Telekom-Markt, den wir in diesem Land haben, mit ein paar ganz wenigen, großen Anbietern, würde der Wettbewerb besser spielen. Und deshalb würde hier die Transparenzpflicht ausreichend die Grenzländer-Kanalität machen. Das ist zwar ein bisschen widersinnig, aber das ist zu sagen. Wir haben dann von der DigiGest aus einen Vorschlag entwickelt, haben den eingereicht, haben den als Vertreten in der Kommission für Verkehr und Verkehr in der KVF und ich habe den verteilt lassen, die einen oder anderen sollten ihn jetzt vorsichtig haben. Der Entwurf, der DigiGest, orientierte sich sehr, sehr stark an dem, was die Europäische Union später, als sie eingesehen hat, dass es mit dem Transparenzpflicht nichts bringt, dann eingeführt hat. Mir ist bewusst, das war ein Schritt auch da. Es gab sehr viele Leute, die fanden, es geht zu wenig weit. Ich bespreche es nachher noch kurz an, wenn ich das im Detail in den Augen anschaue. Wir haben uns aber an der EU angelehnt, im Bewusstsein, dass es vielleicht einfacher ist, so etwas durchzubringen, wenn es schon irgendwo anders existiert. Wir haben uns auch ein bisschen an den USA angelehnt. Man hat zudem noch ein Ende des Unterzwangs gefordert, das war ebenfalls ein Teil, und eine Regulierung für Peering, also für das Zusammenschalten von Netzen des Internet. Das Internet besteht aus verschiedenen Netzen und es kann interessant sein, diese Netze direkt zusammenschalten, zusammenzuschalten und Daten zu vertragen. Wenn man es eben nicht tut, führt es zu einem ähnlichen Effekt in die hesseneutralitätsverletzung. Gut, wir haben diesen Vorschlag bei euch, ich gehe nicht mehr weiter darauf ein. Dann ist die Frage, was wollte das Parlament? Wir haben dann tatsächlich gegen den Willen des Bundesrates eine riesigere Regelung in die Entführung des Wärme des Gesetzes gestellt. Und der sieht ähnlich aus, wie der Vorschlag der TIGIGES, man kann jetzt sagen, wir seien schuld, war es natürlich nicht der Wahl, aber wir haben auch daran gearbeitet. Sie haben sogar ein Thema dokumentiert, was in der Europäischen Union stattfindet. Und ja, das ist so passiert. Also wir haben zuerst die Informationspflicht, ist klar, der Nationalrat hat wirklich die ersten Verhaltenspflichten reingebracht, das ist vor allem ein Diskriminierungsverbot, ein allgemeines, schauen wir uns nachher noch ein bisschen genauer rein. Und der Städteamt hat dann wieder ein bisschen reduziert, die hatten eine Ausnahme hinzugefügt zu diesen Verhaltenspflichten für sogenannte Spezialdienste. Schauen wir uns auch noch. Und jetzt, im Moment, ist in der Kommission für Verkehr und Fernwerte wesentlich des Nationalrates, noch nicht ganz in dockenen Tüchern, aber trotzdem sehr, sehr weit. Wir haben bei dieser Ausnahme für Spezialdienste noch ein bisschen dran rumgeschraubt, eigentlich nicht materiell, sondern wir von der Formelgebung. Das ist der aktuelle Stand. Jetzt, wie sieht das aus? Jetzt ist der aktuelle Entwurf in der Version der KVFN. Ich habe die Texte hier. Ich denke, es macht nicht viel Sinn, wenn wir das jetzt vorlesen. Ihr könnt es selbst lesen für euch. Ich habe es versucht, guck mal, sorry. Ich habe es versucht, ein bisschen auseinanderzunehmen. Grundsätzlich haben wir ein Diskriminierungsverbot. Verboten ist die Diskriminierung hinsichtlich Sender von Daten. Also zum Beispiel, was ich vorhin schon gesagt habe, Blick versus Watson. Also wenn Watson neu auf den Markt kommt mit einer, das wird schon ein paar Jahre her, das ist ein kleiner Anbieter, die können vielleicht nicht sich eine Überholspur kaufen, hingeht mit sehr viel Geld. Könnte sich eine Überholspur kaufen, führt dazu, dass die Webseiten von Blick vielleicht eine halbe Sekunde, eine Sekunde schneller marken, als die Webseiten von Watson, der im Prinzip denkbar, dass man solche Dinge einführt. Mit dem Ergebnis, wer Webdesign macht oder Marketing macht über das Netz, der weiß, eins, zwei Sekunden länger, das ist dramatisch viel, da springen die Kunden ab, die nutzen da das andere Angebot. Solche Dinge sind nicht mehr zulässig nach dieser Regel. Also Diskriminierung nach Sender, Diskriminierung nach Empfängern, also dass ich, weil das Netz ist ja Indie-Fremdung, ich Daten raufschicke oder Daten runterlade, wenn ich einen Cloud-Dienst nutze und Daten hochlade, dann darf der Provider nicht unterscheiden, was das für ein, diesmal Empfänger der Daten ist, also wenn Swisscom die Cloud hat oder wird ein Nextcloud-Server im Netz, dann darf Swisscom die Daten zu weit mit Cloud nicht beschleunigen, im Vergleich zur anderen Anbieter. Dann darf man auch nicht unterscheiden zwischen Inhalt, Dienst, Anwendung, Software, das sind Wesen, Aufzählung, Gesetz mit verschiedenen Begriffen, also man versucht wirklich alles zu erwischen, was irgendwie ein Anlasspunkt für so eine Diskriminierung sein könnte, das heißt wieder dieses Beispiel WhatsApp und Streamer. Dienste, Klassen, also die Art und Weise oder die Art des Dienstes, also wir haben zum Beispiel Musik-Streaming, wir haben Voice-Ripey, wir haben Video-Streaming, wir haben Messaging, solche Dinge, auch dass diese Klassen dürfen untereinander nicht unterschiedlich behandelt werden, als Umsatz. Dann das Protokoll, oder auch Endgeräte, das ist noch spannend, wir haben, was die Endgeräte angeht, eine uralte amerikanische Rechtspraxis, sogenannte Card-Forn-Praxis, wo man schon gesagt hat, damals bei der Telefon, dürfen Sie nicht unterscheiden, von wem, von welchem Hersteller, was das kommt, das haben wir jetzt eigentlich in der Schweiz, bei der Endgerätequalität, auch im Gesetz, also man dürfte nicht unterscheiden, wenn der Kunde ein iPhone hat, dann darf man schneller übertragen, als wenn ein Gehäuse besser zum Beispiel. Natürlich, was ich immer sage, wenn das Gerät dann schneller ist, wenn es einen neuen Standard unterstützt, ist das klar, das ist dann nicht günstig, gebremst und günstig priorisiert. Aber, wenn das Geräte sind, mit den gleichen Kapazitäten, mit den gleichen Möglichkeiten, dann darf ich da nicht differenzieren. Wichtig ist vor allem ein weiterer Punkt, unzulässig ist die Diskriminierung in technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht. Da haben wir der EU ein bisschen etwas voraus, wenn man den Wortlaut anschaut, des Gesetzes. Man darf eben nicht nur diese technische Diskriminierung machen, mit den Bremsen, Papieren oder Päroisieren, sondern auch diese wirtschaftliche Diskriminierung, die ich vorhin angesprochen habe, wie vorhin von Sunrise, das ist Zero Rating, das ist ebenfalls verbunden. Man kann sich jetzt fragen, schießt man da nicht über das Zinn hinaus, in der EU hat man für Zero Rating und Case-by-Case Beurteilung der Fälle, das heisst, man schaut sich im Einzelfall an, ob es möglicherweise im Wettbewerb fördern sein könnte, ist damit meistens so im Wettbewerb recht, dass man auch schaut, ob es vielleicht etwas nützt. Wenn man sich überlegt, dass vielleicht ein Anbieter mit Streamer sich in der Schweiz, wenn er einen Deal für Zero Rating bekommt, möglicherweise besser bestehen kann gegenüber den Platzhirschen WhatsApp, dann merkt man, dass es möglicherweise doch sinnvoll sein wird, solche Dinge zuzulassen. Ich könnte mir vorstellen, dass man gemeinsam, wenn man die Verordnung schreibt, da ein bisschen in die Richtung geht, dass man doch solche Differenzieren zulässt, aber immer unter der Grafssetzung, dass es wirklich Wettbewerbsfördernd ist und nicht Wettbewerbsverhindern. Gut, wir hatten sehr breite Varianten von Diskriminierung, die verbunden sind. Dann haben wir, das entspringt auch dem, was wir in der Europäischen Union haben, eine ganze Reihe von Ausnahmen. Auch hier habe ich das wieder ein bisschen auseinandergenommen. Wir haben zuerst eine Ausnahme für Fälle, in denen eine gesetzliche Vorschrift oder ein Gerichtsentscheid zu befolgen ist durch den Provider. Drei Spiele, nicht so beliebt hier, klar, Netzsperren gegen Kinderpornografie. Das ist eine Baustelle von Bernd Höhenreis, da werden wir nachher noch was dazu gehören. Wenn das Gesetz sagt, dass ein Provider eine Netzsperre einrichten muss gegen bestimmte Content, bestimmte Quellen, dann ist klar, da muss der Provider sich anhalten, da kann man nicht sagen, nachher die Netzneutralität führt dazu, dass wir das trotzdem durchleiten dürfen. Also ein solches Spezialgesetz würde vorgehen. Das ist mal die erste Ausnahme, die im Gesetz soll entstehen. Zweite Ausnahme ist die Integrität oder Sicherheit des Netzes, der über dieses Netz auf achten Dienste oder der angeschlossenen Endgänge. Also wenn ein Provider Maßnahmen treffen, um einen Denial-of-Service-Attack abzuwägen, dann ist das nicht eine Verletzung der Netzneutralität, sondern das Selbstgeschäft weiter hinzuwägen. Das sind diese Fälle. Das ist auch im Gesetz das aus. Nächster Punkt, die Provider dürfen Informationen, das ist immer diese Einleitung, unterschiedlich übertragen, wenn dies erforderlich ist, um einer ausdrücklichen Aufforderung der Kundin oder des Kunden nachzukommen. Hier spricht man von Call-Super-Tiering und dieses Call-Super-Tiering hat in der Debatte um die Netzneutralität eigentlich seit jeher als unproblematisch gegolten. Und zwar, wenn man sich das überlegt, in Netzneutralität, da geht es immer um die gleichlaue Spieße. Und wenn ich als Kunde entscheiden kann, okay, ich will jetzt WhatsApp priorisieren und nicht Threema oder umgekehrt, ich will Threema priorisieren und nicht WhatsApp oder ich will Threema-Server-Rated und nicht WhatsApp oder umgekehrt. Wenn ich als Kunde das entscheiden kann, dann sind ja die Spieße der Anbieter gleich ab. Und wenn es am Kunde liegt, ist es kein Problem. Der Kunde kann solche Dinge entscheiden und deshalb hat er das als Ausnahme hier reingestellt. Nächste Ausnahme sind vorübergehende und außergewöhnliche Netzwerke und Belastungen, die man bekämpfen darf, sogenanntes Verkehrsmanagement. Nächster, da gibt es noch einen zweiten Satz, dass man die gleiche Arten von Datenverkehr, also diese Klassen, von denen ich vorher gesprochen habe, dass man die gleich bewandeln muss. Verkehrsmanagement ist dazu klar, die Belastung im Netz vorzubeugen. Also man stellt sich vor, ja, es gibt so wie bei der gemeinsame Mobilfunkantenne an einem Bahnhof vielleicht, und am Abend kommt ihr wieder zu, und da kommen 10.000 Leute, also da kommen 10.000 Leute raus, 100.000 Leute raus, da ist die Antenne belastet, und da gibt es Leute, die möchten vielleicht YouTube-Videos schauen, und ja, alle anderen können dann nicht mehr e-mailen, weil die YouTube hat es verstopft. Das sind die Ideen, die die Provider hatten, haben gesagt, ja, da muss man irgendwelche Möglichkeiten zulassen. Das Problem hier bei Verkehrsmanagement ist, dass man hinter diesen Maßnahmen zur Bekenntung solcher Überlastungen sehr, sehr viel verstecken kann, dass man immer vorschicken kann, wir hatten ja da nur eine Überlastung, Entschuldigung zur Überlastung, aber eigentlich im Hintergrund hat man dann eben trotzdem eine Diskriminierung, die sachlich gar nicht gerechtwertet ist. Deshalb hat man hier eine relativ detaillierte Norm reingeschrieben und zwar sagt man, die Überlastungssituationen müssen vorübergehend sein, weil wenn es dauernd überlastet ist, dann muss man einfach eine zweite Antenne hinstellen. Es muss außergewöhnlich sein, deshalb würde ich meinen, sind diese Fälle, wo eine Antenne während einem Bahnhof überlastet ist, jeweils am Atem, wenn die Pellverkommen, das würde eben nicht darunter fahren, sondern das sind vielleicht Situationen, wo man einen Notfall hat, eine Naturkatastrophe oder so etwas und diese Infrastruktur ist überlastet, da sagt man, okay, da müssen wir gewisse Dienste, Notfalldienste, etc., müssen wir priorisieren können, das sind diese Fälle, die damit abgedeckt werden. Weiterhin wichtig ist, das gleiche von Datenverkehr gleich zu behandeln sind, also wir dürfen nicht in so einer Situation, selbstverständlich zuglässig wäre die Situation bei Bahnhof, wir dürfen nicht YouTube blockieren, verlangsamen, weil wir sagen, wir brauchen alle YouTube und andere Videoanbieter nicht, also man müsste sich dann überlegen, okay, alles, was Video ist, würde man da in diese Situation jetzt wissen guter, würde man verlangsamen, damit eben für die anderen Anwendungen, die vielleicht wichtig sind, aber wenige Datenverkehr, mehr Kapazität verfügbar ist. Also ich sage, ja, ein Risiko, dass das missbraucht wird, aber die Norm trägt dem eigentlich Rechnung, indem sie eben diese Aussen- oder diese Gegenausnahme macht, also es darf nur, oder indem sie sie beschränkt, ich muss anders sagen, indem sie die Aussen- oder beschränkt auf vorübergehende und außergewöhnliche Netzwerpüberlastungen und zudem sagt nur, dass man gleich Datenverkehr gleich geantwortet. Damit muss ich sagen, kann ich sehr sehr konkret. Wir haben gesehen, dass dann am Schluss im Ständenrat noch diese zusätzliche Ausnahme rein für sogenannte Spezialdienste. Da steht im Gesetz, die Internetprovider dürfen neben dem Zugang zum Internet über denselben Anschluss andere Dienste anbieten, die für bestätigte Anwendungen oder Dienste optioniert sein müssen, um die Qualitätsanforderungen der Kunden und Kunden zu erfüllen. Dann steht doch, die anderen Dienste dürfen nicht als Ersatz für Internetzübergangsdienste nutzbar sein oder angeboten werden und sie dürfen nicht die Qualität der Internetzübergangsdienste verschrechen. Sie sind aufgeklöselt. Spezialdienste sind Dienste, die über denselben Weitbandanschluss des Kunden laufen, die logisch getrennt sind von offenen Internet und weiteren Netzen. Es kann ein IP-Netz sein, aber es muss ein anderes IP-Netz sein als dasjenige, in dem die Internet-Netz, die die Internet-Gerechte des Kunden hängen. Und diese Dienste haben andere eigene Regeln Daten-Präorisierung. Zum Beispiel Ende zu Ende Quality of Service. Das sind diese Fälle von IP-TV, wenn ihr Swisscom-TV zu Hause habt. Swisscom-TV ist, gerade im Fall, wo die Leitung zu euch nach Hause ein bisschen zu eng ist, hat Swisscom-TV eine gewisse Priorisierung gegenüber den normalen Internet-Diportaten. Das heißt, wenn ihr gleichzeitig einen Dauro macht und ein Fernseh schaltet der Dauro und das Fernseh bleibt nicht gleich schnell. Das ist der Grund, warum man das seit Jahren gemacht hat. Ähnliche Situationen gibt es bei Voice-over-Ridey und vor allem bei Voice-over-LTE, das ist im Bereich 5G, wird das diskutiert, dass man zusätzlich zum normalen Mobilfunkverkehrs bestimmte Dienste, vor allem Voice-Dienste priorisieren kann, dass die qualitativ besser rüberkommen. Weitere Beispiele, die unter anderem in einem Papier aufbauen, auftauchen, das neu verschieben ist zum anderen der Provision, sind Internet of Things. Das verstehe ich nicht, weil Internet of Things ist etwas, das sehr, sehr langsam funktioniert. Man könnte sich überlegen, ob da etwas wichtig ist, dass die Information wirklich zugestellt wird. Latenz ist nicht wichtig, aber Zuverlässigkeit ist wichtiger, weil häufig bekommt man kein Feedback, wenn etwas verschickt wird. Könnte sein, dass das begründet wird. Damit sehe ich es eigentlich eher nicht. Dann auch das stetige Argument, dass sie vernetzte Fahrzeuge eine gute Qualität beim Internet brauchen. Ich habe das Gesetz gesagt, ich möchte nicht in einem autonomen Fahrzeug sitzen, das einen Unfall baut, wenn die Internetverbindung erlangt ist. Das kann es nicht sein. Man hat auch damals, das haben die deutschen Internetprogramme vor weit erfunden, diese Idee, dass sie vernetzte diese autonomen Fahrzeuge, und die meisten Fahrzeuge, dass die besonders gute Internetqualität brauchen. Deshalb hat man darauf verwiesen, dass die Immobilienzneutralität schlecht wäre, das verhindern würde. Da hat man dann mal gefragt, bei der Autoindustrie, wie das sei, ob die das wirklich brauchen, und die wussten von nichts. Also, ich sehe das Beispiel nicht, aber weiß ich nicht, IPTV kann sein, dass man das braucht. Wenn man jetzt, also anschaut, ich komme gleich darauf zu sprechen, ist der Vorteil, den sie bekommen, durch den Arm gar nicht zu groß. Auch hier ist wichtig, dass Spezialdienste erhebliche Risiken bringen für die Marktprozesse, und deshalb hat man das auch sehr stark bekämpft. Wir haben auch von der DigiGest aus noch versucht, zu bremsen. Wir haben gesagt, es reicht eigentlich, wenn man dieses Consumer Tearing zulässt. Die können ja dann, in dem Moment, wo ein Verbraucher, IPTV möchte, oder wirklich hochqualität im Fernsehen schauen möchte, können sie von dem an die Einwilligung holen, dass sie das Fernsehen priorisieren dürfen, und dann ist das kein Problem. Man darf uns das tun. Sie haben es trotzdem eingefügt ins Parlament und hat bei der EU geschaut, wie sie es machen. Ich schaue jetzt mal kurz noch das Ganze an, was da drin steckt. Eben, erstes Kriterium, es muss optimiert sein für bestimmte Inhalte, Anwendungen oder Dienste, also eben Voice, IPTV, um die Qualitätsanforderung der Kundin und Kundin zu erfüllen. Es muss, steht dafür. Wenn das nichts bringt, diese Priorisierung, technisch, dann darf sie auch nicht erfolgen. So verstehe ich es. Zweitens, es darf nicht, dass es auch für Internetzugangsdienste nutzbar sein. Also, ich kann nicht quasi einen Special Service machen und dann über den ein normales Internet übertragen und dann sagen, das ist nicht richtiges Internet, da darf ich priorisieren, wie ich will. Das geht nicht, das wäre eine Wehung. Und was auch nicht geht, und das ist jetzt wichtig, es darf nicht die Qualität des normalen Internetzugangsdienstes verschlechtern. Also der Fall mit IPTV, den ich vorhin erwähnt habe, also dass die Leitung ein bisschen knapp ist, und IPTV wird gedrängt an das Internet, muss man sich fragen, ob das geht. Möglicherweise ist es aber auch so gedacht, dass einfach das Internet als Ganzes nicht verschlechtert werden darf durch diese Spezialdienste. Da muss ich sagen, da hätten wir gar nichts gewonnen mit dieser, da hätten wir gar nichts gewonnen mit dieser Reinkette. Ich verstehe es eigentlich eher so, dass der Kunde zumindest, dass der Kunde seinen eigenen Fernsehdienst nutzen können muss, ohne dass die beagerechtigt wird von einem IPTV-Kanal. Den Tick daran, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, das mit dem Consumer-Tearing, das würde eigentlich ausreichen, was uns so sieht. Wir haben hier eine komplexierte Laune, die gar nicht nötig ist, die möglicherweise Schlumpflöcher schafft, das ist ungünstig. Dann ist die Frage, mit diesem optimiert sein müssen, es ist immer eine Abwägung, ist das jetzt wirklich etwas, was technisch noch nötig ist, ist es für den Kunden zugutbar, dass alle 20 Minuten mal kurz auf dem Video gebildet sind, oder es ist nicht zugutbar, es sind Rauschnupfen, da wird es Diskussionen geben, das ist klar. Dann steht da oben, es darf nicht als Ersatz für Internetzugangsdienste nichts wahr sein. Für mich würde sich eigentlich eher die Frage stellen, ob ein Spezialdienst, also Satz geeignet ist, für einen Dienst, der sonst durchsichtbar nicht läuft. Also wenn ich einen Voice-Dienst priorisiert habe, als Spezialdienst, steht er ja in Konkurrenz zu anderen Voice-and-Ride-Diensten. Und das ist das Problem. Wir hatten da eine Web-Apps-Prozesse. Und ich finde, in dem Moment, wo ein Produkt auf den Markt kommt, das qualitativ vergleichbar ist mit einem anderen Produkt, das schon existiert im Internet, dann macht das kein Spezialdienst. Das hätte ich gerne gesehen, so nahm. Das ist aber nicht drin. Nächste Frage ist noch, ob das nur für eigene Dienste gelten darf. Also, wenn Sie das mit dem Viscontini machen, oder ob Sie das vielleicht auch müssen, diese Brotspur, oder die Trinken anbieten dürfen, ist nicht geklemmt. In der Situation. Gut. Unterschied zwischen dem, was jetzt im Entwurf steht, und dem, was wir in den Dichelgästen gesagt haben. Zuerst ist die Ausnahme für Spezialdienste, die wollten wir nicht. Sie ist jetzt drin. Ich kann mit Zähne-Klinischen damit leben. Das mit dem Unterzauber, das hat man nicht drin. Ebenfalls, muss ich sagen, wenn wir den Schweizer Markt anschauen, es gibt die Internetverwaltung bis heute, wo ich problemlos einen eigenen Brot damit bringen kann. Das ist nicht ein extremerkultes Problem. Der Wettbewerb spielt bis zu 10 Grad. Und was auch nicht drin ist, ist das Clearing, nicht geregelt ist, also die Zusammenschaltung von diesen Netzen des Internets. Da muss ich sagen, kann ich auch damit leben, weil eigentlich hat mir das schon geregelt die Vermeldungskosten. Wir hatten im Moment einen Fall, wo das genau Volkungsverwaltungsgericht ist, ob das jetzt herunterfällt. Wir haben schon mal gesagt, es fällt herunter, es sollte eigentlich gehen. Was wir in den Dichelgästen gerne gehabt hätten, noch das Peering bei nur sogenannten marktmächtigen Unternehmen schon verpflichtend ist. Heute ist es so, dass wir einmal gesetzt, dass es nur marktbeherrschende Unternehmen verpflichtend sind. Für mich als Webwerbsleichter macht das einen entscheidenden Unterschied. Marktbeherrschend ist man dann, wenn der Kunde, also das wäre dann ein anderes Telekomunternehmen, nicht ausweichen kann, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt. Das ist sehr eng, das sind sehr selte Gefälle, und ich weiß nicht, ich muss wissen, ob der zum Abwehrschluss ist, marktmächtig wäre, zum Beispiel vielleicht dann auch Sunrise-Lorage. Das hatten wir eigentlich im Sinn, als wir diesen Vorschlag geschrieben haben, für den Dichelgästen ist gar nicht da. Aber wir haben mindestens das, was im Vermeitergesetz steht, haben wir jetzt. Fazit, das Gesetz ist besser, das muss ich einfach hier mal sagen, als ich mir das nach Problemen genossen habe, je erhofft hätte. Ich habe damit gerechnet, dass möglicherweise sogar die Version des Bundessaales mit den Transparenzpflichten noch rausflicken. Die Süßigkeiten haben das versucht am Anfang. Letztlich haben wir einen ziemlich griffigen geregulierten Kring. Als Kompromiss ist das absolut da geht, finde ich. Unterzweifung, wie gesagt, war nicht unbedingt nötig. Wir hatten Wettbewerb grundsätzlich. Peering ist bereits im Vermeitergesetz und die Ausnahme der Spezialdienste ist aus meiner Sicht einigermassen auseinander eng formuliert. Die Anwältung hängt da sehr stark von der Praxis der Behörden ab. Aber wenn ich mir das Pfadkommen anschaue, da gibt es Leute, die durchaus Vollgrenzneutralität sind. Also es ist nicht so klar, dass das Pfadkommen da jetzt einfach die Läusen öffnen wird und das wird Problemlos durchgehen. Alles was die wollen, die werden diese Normen anwenden und sie werden sie anwenden mit der Perspektive Gleichheit. Gut, soviel zur letzten Neutralität. Nur ganz kurz noch, Glasfaser. Was wollte der Bundesrat? Das hier. Was macht das Parlament? Das hier. Gar nichts. Das ist raus. Das ist schade. Wir haben in den nächsten Jahren eines WISKORN, wie schafft es, den glasfaser, den bisherigen Monopol-Zustand aus dem Kulturbereich in den Glasfaserbereich rüber zu retten. Und es ist extrem bedauerlich, dass man diese Chance nicht putzt, da die Meinung zu gewinnen. Es ist schade. Gut, ich habe Zeit für Fragen, haben wir, glaube ich, nicht, obwohl wir ein paar viele Interesse und wir können gerne weitergehen. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank, noch außerhalb der Frage. Gern. So, wie man da hin hat. Vielen Dank für den Vortrag. Vielleicht eine kurze Frage. Wie werden praktisch gesehen Verletzungen in der Netzneutralität festgestellt? Das ist die große Diskussion, dass man halt so ein Messverfahren grundsätzlich, das gibt es ja schon auf europäischen Stellen, die wir schon befanden, dass man, ja, ich weiß nicht genau, wie es in Detail war, dass man stellt ein paar Recher ins Netz und die versuchen, diese Daten abzurufen. Man schaut, man stellt Statistiken und man, ich denke, man sieht das relativ schnell. an so einer Statistik, ob es nicht funktioniert. Was auch passiert, ist klar, wenn man als Kunde das Gefühl hat, dass eine Netzneutralitätsverletzung vorliegt, dann kann man mit Wackern das Wackern kontaktieren und sie darauf hinweisen und nachher werden die Messungen vornehmen und dann wird man diesen Providerabfragen wo das Problem ist und wie es sich das Verhältnis mit den Verhältnissen hat. Also technisch hartbar ist das. Sonst noch Fragen? Okay, dann können wir ihr aufnehmen. Vielen Dank, Simon. Es geht dann weiter um 17 Uhr wie es ist gesagt. Ich bin ein bisschen überlebt, ich bin ein bisschen wie es ist und ich bin ein bisschen wie es ist. Vielen Dank.